Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu natürlich Node.js und heute wollen wir tatsächlich etwas zurücksenden. Wir haben ja letztes Mal das Request-Object hier ziemlich gut kennengelernt und uns ein paar coole Sachen rausgezogen. Jetzt wollen wir tatsächlich die Res nutzen und Res ist tatsächlich jetzt die Server-Response, das heißt in unserer Verantwortung da was reinzuschreiben, nicht da irgendwie was rauszulesen, das ist keine Information, sondern das ist im Endeffekt die Variable, die wir befüllen und die dann Node.js wiederum zurückschickt an unseren, ja, an den Client, also vorsichtig sein, was ihr da reinschreibt. Okay, also das heißt, was können wir da reinschreiben? Naja, erstmal kann man hier in Node.js hergehen und den Header setzen mit Set Header. Wir können auch einen Timeout setzen, wir können einen ganzen, ganzen Haufen machen. Ich kann hier mal ganz kurz zeigen, was da alles geht und ja, einiges davon werden wir uns noch angucken. Wir sind gerade dabei, einen grundlegenden Server zu schreiben, da gibt es wirklich sehr, sehr viel, was da alles noch im Hintergrund passieren kann. Okay, also wir fangen an mit Set Header und der Set Header macht im Endeffekt nichts anderes außer, naja, den Header eben setzen, ja. Ein Header ist im Endeffekt das, was ihr grundsätzlich immer bei einer Antwort vom Server mitbekommt. Wir gucken uns gleich an, wie eine normale Website aussieht, wenn sie einen Header bekommt. Und hier wollen wir jetzt allerdings erstmal quasi Keys setzen. Das sind Key-Value-Pairs, die allerdings nicht als Key-Value-Paare hier direkt übertragen werden, sondern einfach als zwei, als zwei Parameter sozusagen. Ich kann hier also hergehen und sagen, ähm, Key und Value. Und wir lassen das jetzt tatsächlich einfach mal so stehen, nur damit wir am Ende sehen, dass das da drin ist oder dass es halt vielleicht auch nicht drin ist. Was man aber normalerweise macht, ist ja nicht Key-Value zu setzen, sondern normalerweise, es gibt so eine Handvoll, ähm, sinnvolle Header, die man setzen kann. Und es gibt ein paar, die halt vom Browser einfach nicht verstanden werden. Man muss ja auch quasi die Header setzen, die der Browser einigermaßen versteht. Und dementsprechend sagen wir hier Content-Type, damit der Browser weiß, was da jetzt eigentlich gerade zurückkommt. Und jetzt gibt es hier ein paar tolle Sachen, sowas wie Application-slash-JavaScript, ja, das kennen wir schon. Ähm, oder wir können hier sowas machen wie Text-slash-HTML oder wir können JSON zurückschicken oder, oder, oder. All das, ähm, kann euch aber auch abgenommen werden. Wir haben uns ja schon mit, ähm, Express beschäftigt in einer separaten Tutorial-Reihe. Express nimmt euch das im Endeffekt ab. Aber ich möchte euch hier wirklich raw zeigen, wie das Ganze aussieht und wie man das eigentlich tatsächlich doch selber auch machen kann. Ich kann hier nämlich so viele Header hinzufügen, wie ich möchte. Und das ist ziemlich cool. Ähm, ich kann jetzt hier einfach hergehen und res.write eingeben. Und, äh, da dann eben die Chunks reinschreiben, ähm, die mein HTML sind. Das ist ganz, sind ganz normale Strings. Und, naja, man versteht sie halt als Chunks, weil man weiß ja nicht, ob das wirklich HTML ist. In meinem Fall ist das aber HTML. Das heißt, ich könnte hier jetzt auch hergehen und Dateien lesen und diese Dateien an den Server schicken. Damit könnte ich mir hier zum Beispiel ein Template definieren und das an den Server schicken, der das dann wiederum als HTML interpretiert. Das würde gehen. Ich kann aber auch direkt hier drin, ähm, ganz normal mein HTML schreiben. Und ich mache jetzt das tatsächlich mal ein bisschen umständlicher. Ähm, normalerweise kann man ja natürlich auch alles hier in einer Zeile reinschreiben. Das geht. Aber, wenn ihr mehrere schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr könnt einfach hierher gehen und mehrere race oder race.write Sachen eingeben. Und dann sagen wir hier einfach noch, wir wollen, ähm, wir skippen den Head, okay? Wir skippen den Head. Ein bisschen faul bin ich dann doch. Und wir machen den Body hier direkt wieder zu und sagen hier einfach, H1. Oh, das soll natürlich bitte nicht zu sein. H1 und machen. Ja, 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 jetzt. Sei nicht so intelligent, bitte. Meine IDE ist zu intelligent für mich. Ähm. So, Ende von H1. So, wunderbar. Und sagen hier einfach mal, hello, ähm, hello NodeJ. Node. Ja, 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 ich kann nicht tippen. NodeJs, okay. So, und wenn ich jetzt das speichere und dann meine Seite neu lade, naja, dann passiert immer noch nichts. Das, äh, kann ich euch schon mal vorweg nehmen. Denn ich muss hier auf jeden Fall ein res.end definieren. Res.end sagt mir sozusagen, wann mein, naja, wann ich quasi fertig bin mit Inhalt schicken. Was für Inhalt das ist, wie gesagt, das weiß Node.js erstmal nicht. Wir können hier ja theoretisch auch Dateien schicken. Das würde auch funktionieren. Wir können hier alles hin und her schicken. Res.end sagt einfach nur, jetzt sind wir fertig. Das heißt, wenn ich hier unten drunter res.write aufrufe, passiert gar nichts mehr. Weil wir haben schon gesagt, wir sind fertig. Und wenn wir sagen, wir sind fertig mit res.end, sagen wir das, ja, dann senden wir das direkt zurück. Und erst danach sind wir quasi fertig. Okay, also, ähm, wenn ich jetzt nochmal res.write aufrufe, dann kriegen wir halt hier einen Fehler. Deswegen lassen wir das. Und, äh, schön einfach mal hier die Node.app.js aus. Und ich rufe das jetzt mal von meinem Browser aus auf. Ich habe nur hier ein paar viele Browserfenster offen gerade. Es tut mir leid. Und wir sehen hier, bam, ich habe hier zumindest mal einige Informationen bekommen. So. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist wirklich nur ein H1. Also, wenn wir uns den, äh, den Seitenquelltext mal anzeigen lassen, sehen wir hier, der Head wurde für mich ergänzt, sozusagen, ja. Ähm, und wir haben hier ein, sogar ein CSS dabei. Ähm, allerdings habe ich das da nicht reingepackt. Das hat jemand anderes für mich reingepackt. Im Body steht tatsächlich einfach nur Hello Node.js. Und das ist von mir. Ähm, und das ist quasi das, was ich hier reingetan habe. Und, ja, das ist im Endeffekt das, was ich auch sehen wollte. Jetzt, wo finden wir denn die Header? Und dazu gehen wir mal hier auf. Also, wir sind hier in den Entwicklertools. Ihr könnt das machen über Rechtsklick untersuchen. Ähm, und dann kommt ihr hier direkt hin. Und wir können uns das Ganze jetzt mal hier im Network angucken. Ich refresh die Seite nochmal. Dann sehen wir das nämlich hier. Und dann sehen wir hier, okay, unter 1 kriegen wir, also, weil wir hier unter 1 sind, ne, API-Users. Das sind quasi wie Ordner. Und dann heißt es hier 1. Das ist einfach mein Dokument, sozusagen. Jetzt kann ich mir das hier anklicken. Und kann hier sehen, was das genau ist. Es ist im Endeffekt, das, was zurückgekommen ist, unter den Headern, steht genau hier. Es ist als Request-URL das hier eingegeben worden. Die Request-Method war get. Und der Status-Code, also das Ergebnis, war okay. Die Remote-Adresse ist im Endeffekt der Localhost. Das ist eine andere Schreibweise für Localhost. Port 1337. Und wir sehen hier keepalive und text.html. Und das hier haben wir reingeschrieben. Der Rest ist quasi von Node für euch ergänzt worden. Ja, und das könnt ihr euch so vorstellen. Interessant wird es dann allerdings hier unten. Wir haben hier ja noch diese ganzen anderen Header, die wir mitgeschickt haben. Die sind hier alle drin. Und was wir auch finden, ist das hier. Key Doppelpunkt Value. Der steht hier normalerweise nicht. Den haben wir da reingesetzt. Und naja, der Browser weiß halt nichts damit anzufangen. Wir können den aber zumindest so setzen, wie wir das wollen. Wir können hier alles machen, so wie wir das wollen. Und wenn ihr jetzt im Frontend die Header euch irgendwie anguckt und die zum Beispiel auswertet oder sowas, dann könnt ihr da drüber auch Informationen übertragen. Macht man halt relativ selten, aber prinzipiell ist es möglich. Und ja, so funktioniert im Endeffekt das Response Object. Cool. Alles klar. Und das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.